Es war deine Schuld, nach allem. Meine Schuld, Master's Schuld. Wenn unsere Schulden kombiniert, sie soren zu einer größeren Höhe. Hm. Antwort auf die Frage. Hast du Sakura zu töten? Na, ehrlich gesagt, Frau Morosa und ich haben eigentlich unsere Erinnerungen nicht. Also ich kann nicht wirklich sagen, was passiert war. Das ist auch interessant. Das ist halt nicht, halt die, ja gut, das war bei Launcher auch so. Ja, die wussten ja weder nicht, wo sie plötzlich sind. Genau. Aber was, aber was wäre denn halt wirklich, äh, ne, mit dem Daten, ne? Das ist halt manchmal als Tokotasche und manchmal als Jill. Hm. Ich werde das privat wirklich wahrscheinlich noch ein paar Mal spielen und das wirklich dann mal herausfinden. Mach das mal. Weil, das, weil, weil das macht mich halt wirklich neugierig, ob man halt wirklich beide mit einmal oder wirklich Toko mehrmals und halt Jill mehrmals. Das wäre krass. Aber ich war einfach minding meine eigene business, sleeping peacefully, wenn jemand mich aufwachen. Was es ein Prinz paying mir ein visit? Ich wundere. So, ich öffne meine Augen und sehen. Blatter überall! Ich war nicht vorbereitet für das. Und, ich glaube, es hat mich über die Überraschung genommen. Ich wurde so bemerkt, ich schmackte sie mit der ersten Sache, was ich gefunden konnte. Was, ich glaube, war eine Botte. Sankuro war einfach über dich und du, du bist schade. To be fair, es war eine Kurzschlussreaktion. Aber, ja. Trotzdem von jemandem, der sonst sehr gezielt mordet. Ja, klar. Wer nicht gewohnt sein müsste. Ja, gut, aber wenn du halt gerade, du wachst, du wachst auf und siehst sowas, natürlich bist du nicht so, öh, was? Ja? Hm. sie ist schade. Dank ihr, habe ich jemanden, der nicht ein adorabel Mann für die erste Mal alles gibt das erste Mal. Please do. Yes, please. Drag him. So that's good. Keep talking like that and Hina's gonna Well then, that's that. Let's start the boat. Hina. Not now. Huh? I thought for sure you have some words for hero on that one. Mm-mm. 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 Sie ist scharf darauf, das, äh, hinter sich zu bringen. Ja. What's wrong? Come on, everyone, we're ready to boat, right? Ja, Hina. No, not quite yet. Not yet? Why not yet? Don't you think there was something odd about Toko's story? I mean, you had to have known. Ach, Tassel, das kannst du nicht tragen. Was? Die sind nichts wert? Ja? Huh? Ja, odd, huh? Das Hero sagt. Hero's attack and then Toko's but that still wasn't the end of it. It wasn't? Tell us your story one more time. Tell us what happened after you fainted. Then even this gaggle of idiots should understand what I'm talking about. Hey. You wish it my command, darling. Huh? It's not over yet, the one who killed Sakura is... I was just sleeping and all of a sudden Sakura was right there in front of me. I remember waking up right in front of the magazine show. You were taken by surprise when you saw ogre covered in blood. So you smashed her head in with the Monokuma bottle? You got it. I smashed her good. And where did the attach take place? Right where I woke up. I killed her there in front of the shelf. Ah! It's not... Ah! Hmm... Okay, we're supporting the answer to me. Ja, ich war einfach nur schlafen. Und all of a sudden, Sakurou war da vorne. Ich erinnere mich auf dem Magazin. Du warst von Überraschung, als du Overcovered in Blut gesehen hast. Du hast ihn mit der Monokuma-Bottel geschenkt? Du hast es! Ich habe ihn gut gemacht! Und wo hat der Atac geschlagen? Da wo ich aufgewachsen bin! Ich habe ihn dort vor dem Magazin. Nein, warum? Nein! Nein! Ach, ist das schön! Wir haben Sakurou geschenkt in einem Schraub. Wenn der Blut auf dem Schraub war die cause der Tod, gibt es keine Erklärung dafür, warum sie in diesem Schraub war. Also, du hast es endlich bemerkt. Shut up! Ich habe sie nämlich nicht bemerkt. Nur eine Liefe von einem bloodthirsty Serial-Killer. Nein, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Du hast es sicher, dass du sie nicht aufgewachsen hast, während sie in der Schraub sitzt? Nein, ich bin sicher, dass sie die Wahrheit sagt. Jemand, der die Szene gesehen gesehen hat, sollte die gleiche denken. Das muss es sein. Das muss es sein. Das ist die Wahrheit. 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 Nachdem sie Sakura zuhause hat, hat Toko wieder in der Schraub. Das ist die Wahrheit. Nein! Das hatten wir schon! Hina! Ich nehme dich, aber... Oh, Hina! Xing! Mit ihr in die Schraub! Jauno aproximadamente! Ja sage! Do torg mit ihm ist gekommen! Puck! Auch jens mich! Ich konnte soot für dich selbst! Ich hatte meine Schraub! Ein aggressively mit Kokanomacu! Da da! Ich habe ihn nicht verletzt, danke sehr! Du bist lieb! Du bist lieb! Ich habe immer noch gesagt, dass es noch mehr zu diesem Fall ist. Aber wenn Jill genocide nicht verletzt, das bedeutet, dass Ogre nicht aus den Augen zu sterben hat! Und... Aber ich kann nicht vorstellen, was noch andere hätte ihn verletzt. Das ist, weil du überleuchtest, wichtige Informationen verletzt. Können wir wirklich etwas so wichtiges verletzen? Ja, ihr habt noch nicht einmal über das gelbe Pulver geredet! Wenn es noch noch eine positere Explanation gibt, vielleicht ist es... Yellow Powder! Was ist das, was die Ogre töten? Es war nicht von den Gelegenheit von Jill. Was war das? Es gibt kein anderes möglicher Grund. Was hat Sakura zu töten? Ich kann gar nichts denken, außer dem Schock zu erheben. Achso, fuck. Was war's noch? Yellow Powder... Mann! Yellow Powder... Vielleicht wieder einen scannen und dann feuern? Weiß ich nicht. Den Shot, den würde ich sagen, den... Oder... Wahrscheinlich doch der Shot to the Hat. Ja, hab ich doch gerade. Du kannst... Nein, ich meine... Bei dem, was Hiro gesagt hat. Hä? Wie? Hiro hat doch einen gelben. Achso! Also das hier, das hier auch doch? Na, was sonst? Nein. Auch nicht. Das ist weirrt. So was ist so ätzend mit dem Eins-Scan. Ah, warte mal. Nein. Nein. Das ist so ätzend. Das hat ja Pluck gespuckt. Das hat ja Pluck gespuckt. Nooo. Na Хro. Nnih. Zinn. Ich bin nicht in zu. Nein. Ich bin nicht in zu. Zinn. Ich bin mit dem Knoblauch. Aber wenn es kein Reinsen Yesen gibt, dann... was erne後 bläst? Nooo! Maybe C9? Then let me explain exactly how the culprit was able to poison her. You can... explain it? Of course, if you don't mind. Everyone, quiet! Shut up and listen to Master! But your... That includes you, Jill. Yeah, it's so... The key to unlocking this mystery was hiding in the chem lab up on the fourth floor. Huh? Not in the rec room? Then I could have found it all along! You never would have, since you gave up on the search the moment you were barred from the crime scene. Well... yeah, good point. There's a big shelving unit in the chem lab that houses a variety of mixtures and chemicals. And that's where I found... this. Is that... the poison? It's not an especially powerful poison, but it'll still kill you if you drink an entire bottle. But the specific properties don't matter. What does matter is where I found it. Where'd you find it? The shelf is divided up into three sections. A, B and C. In section A, dietary supplements. In B, reagents. And in C, a variety of lethal chemicals. And that's where the poison came from? Section C? Well, that's the question, isn't it? The bottle of poison Blackula just showed us. I'm sure I know where he got it. It was on the same shelf as all the supplements. I'm positive that's in section A. Yeah. I got it! The poison was actually in section A, wasn't it? Huh? You just said that section A was for supplements or whatever. Strange, isn't it? Why would there be a bottle of poison mixed in with all those nutritional additives? Yeah? So? Why? Because the culprit switched it out. That's why. Wh-what do you mean? I mean...this. I couldn't believe my eyes. Chalk! 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 Blackula put the bottle of poison to his lips and... Master! We were so shocked at what we were seeing, all we could do is stand there and watch. Chalk! 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 Oh no! Master is in real trouble! You have to drink some water! You can't just swallow powder! It will stick to your throat! Idiot! He just swallowed poison! We need to make him spit it out! Chalk! Chalk! The flavor certainly makes me want to spit it out. What's so high quality about this stuff? What? What are you talking about? I'm talking about the protein, of course. Protein? Can I see that bottle for a second? Oh, sure. Do whatever you like. Kyoko took the bottle from Blackula and scraped out a bit of the content with one finger. She touched the finger to her tongue. This is... It's protein powder. Huh? Correct! That wasn't poison in the bottle, but harmless protein powder. Which makes one wonder. The poison that should have been in that bottle, where did it go? No. The bottle of poison was actually filled with protein powder. Even if it had ever the etiquette out of the toes, or what? Yep. Which would mean that conversely the poison must have been in... Could it be? Again. Okay. Okay, but... ...it is Subway. Prote-in. ...pro-teh? E... N... E... Ups. Ähm... Drink! I... N. Fuck, yes. I can't get it er 미래 Park. Fuck! Jetzt verstehe ich. Ja, das ist halt so ein bisschen, das ist, ja, Schwachsinn. Das ist halt so ein bisschen. Und sie war auch sehr froh, dass sie das Zekunsch in der Szene trinken hat. Ja, das ist halt so ein bisschen. Das ist halt so ein bisschen. Ja. Ja. I do remember Ogre saying that protein stuff was good for all kinds of aches and pains. So maybe she took it to try and help with the whole bleeding head wound thing. But what was offered to her instead was a bottle full of poison. And I already know exactly who swapped the mixtures. For real? Who was it? Evidence revealing who replaced the two materials was left in the chem lab for anyone to see. The evidence shows who switched them. It has to be... It must be what we found in the front of the shelf. The footprints left behind in front of the shelf. Boah, I have to do 8 hours again. That's the only way we can do it. Of course. I've visited the chem lab this morning and there were definitely no footprints there at that point. They must have appeared around the time of the murder, which leaves no doubt that they are connected. What's more, the footprints were in front of section A, where I found the bottle meant for the poison. The culprit must have gone to section A to swap the poison and protein, leaving their footprints behind. And given how clear the prints were, figuring out who they belong to will pose no problem. All we have to do is check everyone's footprints right now. Then we'll see who... Wo? Hm? Was denn los? It was me. Oh. Was? The footprints. They're mine. Shida? So... If you're all gonna find out anyway, I'd rather you hear it straight from me, you know? Ogre's killer was... Yup. I did it. I killed Sakura. Just as I suspected. And what did you say? Bullshit. The footprints were made by a pair of sneakers. There was no mistaking it. And the only people here who wear sneakers are... Ah, yeah, Makoto and Hina. Makoto and Leon. I was the killer. I was the killer. Yes, but you didn't have to kick me in the face like that. These filth must be... Oh, Joko, are they yours? Okay, then show me the... That was funny. That was funny. We should do it again. I don't know. Plus, Hina's been acting strange ever since the trial began. You were in an awful rush to get to the vote, weren't you? This whole time, you've been focused on pinning the crime on someone else, haven't you? I... I can't believe it. What about it can't you believe? Well, it's just... The two of them were so close. That's likely exactly why it turned out this way. Because they were so close, Sakura didn't think twice about it when Hina handed her the concoction. Hina used that trust to kill her. She deceived the victim, and she tried to deceive all of us. I have to say, Hina, coming from you, this was a particularly nasty little scheme. And that's probably why it doesn't work that way, my dear Dracula. Is it true? Did you really kill Sakura? And if you did, why? Why would you do that? I found her. There in the rec room. She was hurt. She asked me to bring her that protein drink. But... when I went to get the powder from the chem lab, it just... occurred to me all of a sudden. Now's my chance to kill her. That's what you thought, right? That's when you switched out the protein powder, and that's when you gave her the poison mixture. And then... she downed it. All at once. And... and then... hold it. I'm not convinced. You're not about to claim she wouldn't kill a close friend, are you? You still don't get it, do you? The game we're playing here isn't so kind. Yeah, that's a valid point. You're still an asshole. Words like friendship don't matter here. What matters is outwitting the opponent, defeating them. Not a person alive would sacrifice themselves for another. In the end, we're all in it for ourselves. Just like how this girl sacrificed Sakura to save herself. You say that, but I'm still not convinced. How many times do you plan to repeat yourself? Yeah. You don't understand me. I'm not saying it because of some misguided sentimentalism. But there's still that one unsolved mystery. And I'm not convinced. Are you talking about the locked room problem? That's still a thing. Kina, if you really are the killer, explain it. How did you create that locked room? Well... Yeah. I didn't. That doesn't matter. Just because I'm guilty, that means I have to tell you everything. Yes. No, it doesn't. But the fact that you won't tell us, concerns me. Surely you're not. Do you honestly think Hina didn't actually kill her? And if I do? Impossible. She switched out the mixture. She's the culprit. There's no way you can doubt this. Yeah. Yeah. Aber wie hat sie es geschafft rauszukommen und den Stuhl vor die Tür zu stellen? Richtig. Also, das ist immer noch so ein Ding. Hm. Das ist genauso wie mit Hero und Toko. Even ignoring the fact that I don't want to believe it, it just doesn't fit. What doesn't fit? I mean, why would someone leave such a clear clue like a footprint? It's too... obvious. Too easy. He's right. It makes it look like you wanted people to suspect you. That was... I was just... nervous. So... I didn't notice I left a footprint. You didn't notice? Yeah. That's just how it was. What can I do? Listen, Hina. Could you go into a bit more detail? Tell us more about when you switched the poison and the protein. H-How come? That doesn't matter. Hina. Please. I'd like to know too. Well, you're sleeping with me, so sure. Fine. Ja, you'll be schließlich mal in Kopfkissen. Waste your time, if you like. It's clear that Hina is the culprit. Klabberhalten, die Erwachsene sprechen. There's nobody else to suspect. Nobody else could have possibly done it. Mhmm. Go ahead, Hina. Start from the moment you arrived at the chem lab. W-Well... Right away, I went to section C and got the poison. And is that when you spilled the powder in front of that part of the shelf? M-Yeah. When I opened the bottle, I dropped it like an idiot. I see. Okay then, go on. So then I moved to section A and got the protein powders. And that's where I switched them. Once I was done with that, I took the protein can that had the poison in it and left the room. But, I accidentally put the bottle filled with protein powder back on the wrong shelf. And because of that... Everything I did got found out. And... That's it. I don't know. I don't know. Hmm. I don't know. That story you just told. First you went to section C to get the poison. Yes. Then moved to section A to get the protein, right? Meaning you went from section C to section A. Do I have that correct? M-Yeah. Mhmm. But if that's true... Isn't that a little strange? C to A. And what did she fall? Can you repeat that series of events one more time? What's wrong with you, Ignat? Allow me to pet. It's the same thing, no matter how many times you hear it. How long until you're satisfied? Yeah, just wait for it. It's getting good. How long? I mean, a few inches. Until we figure it out. Until I uncover the full truth of this case. You shouldn't... Maybe... Say it out loud. You didn't. I know! UGH! Not too bad. Don't be angry. You should understand why you're not getting a habit. You should be upset. First I went to section C. That's when I grabbed the poison. Mmhmm. And you spilled some of the powder on the ground in front of the shelf. Yes. When I grabbed the bottle, I dropped the oil. Okay, und dann? Ich bin von Sektion C zu Sektion A, und das ist dort, wo ich die Pouders switche. Als ich die Pouders switche, habe ich die Brotel mit der Protein in Sektion A. Dann habe ich die Brotel mit der Poison in es, und die Chem-Lab. Das ist alles, was es zu tun ist. Okay, Footprints könnte es nicht sein. Zumindest sehe ich jetzt keinen. Was ist die Pouders? Was ist die Pouders? Was ist die Pouders? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist auch wieder falsch. Scheiße. Ah, zun, nene. Hm. Ich würde sagen, die Fußabdrücke. First I got to Sektion C, aber wo genau die? Hier. Okay. Neee. Neee. Du sagst, du wolltest den Poison von Sektion C bekommen. Und das ist, wo du die Pouders spielst, oder? Ja. Was ist das? Und nach dem, du sagst, du hättest von Sektion C nach Sektion A, um die Protein zu bekommen. Was bedeuten würde, sie hätte schon von C nach A die Fußabdrücke hinterlassen müssen. Ja, ja. Ich habe irgendwie bloß darauf gewartet, bis sie irgendwas fallen gelassen hatte. Aber gut, das habe ich jetzt halt ein bisschen vertauscht und alles. Das kontradiert, was du gerade gesagt hast. Dann, vielleicht hat sie in eine weile Richtung gefordert, um diese Leute zu verhindern? Nein, das kann nicht sein. Ich habe ein Flashback. Ich war nur nervös, so ich habe nicht gesehen, dass ich die Footprint hatte. Hm. Ich benutze die secret, Ancient Technik, das heißt LIEIN. Deine Bewegungen in der Chem-Labs sind sicherlich. Die Pouders spielten schon, als du in kamst warst. Und du gehst direkt nach Sektion A. Also, du gehst nie nach Sektion C. Alles, was du dort gemacht hast, hat nur Sektion A. Oh, ja. Ich habe noch nicht gesehen. Hm, was ist denn los? Ich bin ja hier. Ich fühle dich nicht so gut. Was zur Hölle? Was ist hier passiert? Was ist los? Ist deine kleine Theorie falsch, Bakula? Was ist los? Ist deine kleine Theorie falsch, Bakula? Ist das nicht so gut. Es war vor allem in der Bolle zu tragen, was er. Ich bin mir froh, dass du von sich, so wichtiges Begrüßt hattest. Echt wirklich schrecklich. Ich habe es schon gesagt. Was ist das, was du hast? Um, you're a smart boy, you can figure it out. Huh? A piece of glass? Um, what? But, but, what is it? Oh, you still don't realize? Well, then. I need five minutes to get on it. Why don't you explain it as well? I have no clue. It's completely new to me as well. Me? But, if you really do know, explain the meaning of that shard of glass. The shard of light blue glass Kyoko found on the ball of poison will go right up Yakuya's ass. Ah! I think I remember now, I broke something in the same shade of blue. Monokun above the Reck Room? The Reck Room window? The Reck Room window, yeah. It's part of the window from the Reck Room door, right? The window? Shhh. The window we broke to get in was light blue. Just like that. So, I think that must be it. You're right. It must be. Of course, that leads to another question. How did a shard of glass in the window get inside this bottle of poison? That's a good question. Hmm. What's strange is that, according to what Hina told us, Where was it, the bottle of poison should have been when I broke the Reck Room window? Also. Na, what was? According to what Hina told us... Uh. 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 Was ist C? Fuck! Mist. Das war immer noch ein halbes Herz. Also was A. Hm. Nice. Hey, Herz wird auch gefüllt. Weeeeee! Das ist was du gesagt. Right, Keena? Hm. Hm. Und jetzt, ein Stück von Glas aus der Wettbewerb hat sich in die Bottel. Everything Keena hat uns gesagt war eine LIE? In der Realität, diese Bottel von Poison hat sich in die Wettbewerb gefunden. Es war dort, zumindest bis die Wettbewerb hat sich in die Wettbewerb. In anderen Worten, wenn die Wettbewerb war ungelassen. Es gibt keinen anderen Weg um die Präsenz dieser Glas in dieser Bottel zu erklären. Und dann, als die Runde geöffnet wurde, wurde die Bottel irgendwie zurückgezogen in die Chem-Lag. In der Zwischenzeit hat die Protein-Cannon gefunden, dass die Krime-Szene dort geplant wurde. Das musste, nachdem die Wettbewerb geöffnet wurde. In anderen Worten, nachdem Sakura zu sterben wurde. Ohhhh, wie? Kommst du nicht in deinem? Daher? To be fair, ich komme auch nicht wirklich hinterher. Ich auch nicht, aber ist okay. Halt sich gegen ihn. Genau. Die Protein-Cannon nachdem, nachdem Sakura's body wurde herausgefunden, hat jemand es bewegt, oder schraubt über ihn, oder etwas wie so? Was bist du mit? Ist das eine Art Frage? Nicht überhaupt. Entschuldigung, nur auf die beste von deinem? Na, nein, nicht, dass ich mich erinnere. Ja, ich auch nicht. Nicht ich. Same hier. Ja, ich auch nicht. Okay, dann, das hat es geschlossen. Das hat die Protein-Cannon gefunden, nachdem die Wohnung eröffnet wurde. Oh, komm mal, wie kannst du das sagen? Oh, dieser Verzweifel mit ihm! Ach, es ist so schön! Es ist so genug-tuung schon. Rub the nipples! Rub the nipples! Rub the nipples! Rub all of them! Rub all of them! Rub all of them! It feels so good! How can you know, what I don't think? Sie sind noch besser als die Klatsche die er gekriecht hat von Hina. The reason she can say that is because there's evidence. It is proof that someone brought the protein can to the rec room after it was opened. Ich bin schon vollkommen brain auf, ich weiß gar nicht mehr. When it comes to that protein can, there's not a doubt in my mind. Until the locked room was unlocked, it absolutely was not in there. So you're saying, someone planted it there after we got the door open? No. No, that's impossible! It had to have been in there the whole time! It had to be! It was in there before the rec room was unlocked! Ah, kacke! Well, get fucked! Ah well! Ah, was haben wir jetzt noch? Ja, volle Herzen! Jup! Ja, ja, fail! Ja kommt, deine Mutters fails! Ich bin noch nicht mehr, ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ah, das ist so schön, dass wir uns vor der Herzen kriegen. Ja, das ist so dumm, dass wir trotzdem halt... Wir werden dann halt dargestellt... Ja, wir waren's gewesen! Ja, du hast versucht uns alle zu täuschen! Hm... Am Ende warst du doch mal Kohler um! Ah! Habt's gedacht? Was? Ja! Ja! Mal gucken! Warte mal, noch mal! Source of the powder? Empty protein drink! Mh... It had to have been in there the whole time! It had to be! Mh... Mh... Und... Enzentrate on that... Aber was doch? Äääh... Source of the powder? Also... Wo es hergekommen ist? Mh, ne, das hat damit nicht viel zu tun. Empty protein drink! Wir haben hier noch Herzen, wir haben hier noch Versuche, wir können das alles durchprobieren. Okay, gut. Ist einfach nur die Zeit über, für den wir was falsch machen. Die paar Herzen! Ah! Nee! Ah! Ja! Well, listen. Well, those pieces weren't just scattered around the protein can. We also found pieces underneath the can. What? That's a nice face! I like it! And this proves it. It shows that the can must have been put down on the floor after the window was broken. So it had to be after we got into the room. Ooh! That's a nice pose! I like it! I... I see. So that's your explanation. Kyoko, earlier when you asked if anyone had moved the can or tripped over it... If that were the case, that would explain the can being on top of the glass. So you asked everyone about it to eliminate that possibility right out of the gate. And that's made everything clear, hasn't it? As long as it was a locked room, it only contained the bottle of poison and not the protein can. But once the room was opened up, they were switched, and as a result... The protein can wound up in the rec room, and the bottle of poison returned to the chem lab. Ooh... That's so true. Why did Sakura drink the poison? I thought we all agreed she was tricked into drinking it because of the protein can. No, that's not why. The only explanation is... She drank it from its original bottle, knowing exactly what it was. Precisely. She was alone in a locked room. All she had was the poison. What other possibility is there? You're saying she drank it, knowing what it was? Such a ridiculous fictionism. Exactly what happened. Then tell us already. Er, sorry. Please tell us. What is apologizing? Huh? Na nu? Character development? Dammit! What is'n da los? Wer hat der Herr Bakula? Mensch! Before we get started, we need to learn one other thing. We need to establish who exactly got the poison from the chem lab and took it to the rec room. It was Hina, right? She took it and gave it to Ogre. What do you think, Makoto? The one who got the poison from the chem lab and brought it to the rec room? It had to have been... Sakura. Yeah. Yeah. Stop fucking lying! No, it's not a lie. Sakura definitely went to section C. Kyoko already showed me the evidence I need. Now I have to hit Hina with it. I have to make her accept it. Wow. Nein! Come! Another one. Oh, there's three in this thing. Ah! You're wrong! I'm telling you, I did it! Stop talking! You're a liar! Wrong! You're wrong! Wrong! You're wrong! I hate you! You're a liar! What are you saying? Wrong! You're wrong! You're wrong! I'm telling you, I did it! Stop talking! You're a liar! Wrong! You're wrong! Wrong! You're wrong! 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 I hate you! Oh! Just try, bitch! Oh! Let me show my arse! Nice one. I fucking hate this game. You mean minigame? Yeah, yeah. Minigame, das meine ich damit. Ja, sorry. Wie oft wollen die dieses Minigame dann noch einbringen? Das ist doch dann langsam... ...Rengezieherei. Ja, ist es auch. Ja. Aber deshalb bringen sie es auch so oft wie möglich. Naja. Das ist jetzt wirklich das dritte Mal. Wir mussten es bei Hero, bei Toko und jetzt bei Hina anwenden. Boah. Da stehen noch zwei Leute im Raum. Ne, 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 ne. Ja. 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 Okay, so what was that powder doing on Ogre's foot? And it was only on our instep, right? Sakura must have been standing right there where the powder was spilled. So the person who spilled the powder by the shelf wasn't Hina, but Sakura. And when Sakura dropped the bottle, she dropped it away from where she was actually standing. Which is how she was able to avoid getting it all over herself. But the powder still got scattered around. And some of it must have wound up on her instep. Is there any problem with my thinking? But why did Sakura pay a visit to Section C in the first place? The only explanation is that she was looking for poison. After all, that's all that section contains. The one that killed Sakura. The connection between Sakura and the poison. The unsoft mystery of the locked room. There's only one way to explain it. Sakura. Here's my answer. The one who killed Sakura was Sakura herself. What? So, und das ist der perfekte, das perfekte Face zu revealen. Kamera an. So, ich habe hier immer noch den Zettel liegen. Hallöchen. Und Verzeihung für die Vorwarnung, ne? Fratzinkamera ist wieder da. Hallo. So, ne? Ah, ich habe hier... Na, jetzt... Da steht es. Ich habe hier noch ein bisschen... Delay? Ja. Ah, hier. Da kannst du es sehen. Und die OZ, wann ich es notiert habe. Jetzt hast du es ja, ne? Jetzt hast du es doch eine ganze Weile, weil wegen Verzögerung. Ja, 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 ja. Ja. Das war auch meine Theorie. Ja. Es war selbst. So. Weil das war schon direkt so, irgendwie war für mich der Clue, wo wir gleich am Anfang mit diesem hermetisch abgeriegelten Raum hatten. Du hast diese vier Möglichkeiten. Zwei davon kannst du ausschließen. Und irgendwie waren wir so... Ja. Was wenn es Möglichkeit eh ist? None of the you bought. Ja. Und das, was mir als alles... Allererstes halt so... drauf gebracht hatte, was halt... Sie hat sich selbst umgebracht. War... Das Bild, wie wir Sakura gefunden haben. Also nicht da, wo wir durchs Fenster geguckt haben. Sondern wo halt so dieser Scheineffekt auf sie war, ne? Mhm. Der Mundwinkel war nach oben. Sie ist quasi mit so einem Lächeln da gestorben. Ja. Und das hat... Für mich dann irgendwie gesagt... Hm. Ja. Da war zu viel... Ja. Kaum jemand hätte die Leiche so hergerichtet. Ja. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht mehr, als ich glaube, dass ich fliehen kann. Ich kann es nicht auch nicht glauben. Oder eher... Ich will nicht glauben. Aber wenn man wirklich denkt, alles im Moment unterscheidet. Sakura hat die Poison geklappt. Sie barrikated sich in eine Runde. Und sie dringend. All so sie konnte end ihr eigenes Leben. Und das explbieren, warum wir das nicht hätten können, das das der Mystery des Locked Room. Denn, natürlich, Sakura wollte die Locked Room zu kreieren. Nein. Ich glaube nicht. Der Locked Room mystery wurde doch den Locked Room. Ich bin sicher, dass sie sich in, so dass niemand sie zu retten kann, was sie gemacht hat. Sie sitzt da, trinkt die Pfeife und breathiert ihre letzte Worte. Ach, Mann. Und eine Empte Bottle von Pfeife hat sich um die Glocke Glocke, bis wir sie haben. In diesem Moment, jemand holt die Pfeife und es aus der Glocke Glocke. Und das war dich, nicht wahr, Hina? Du hast es gemacht, um die Investition zu entfernen, nicht wahr? Als sie ihren Körper gefunden haben, bist du da neben der Glocke. Weil du bereits wusste, dass Sakura tot war. Und weil die Bottle von Pfeife hat sich neben der Glocke. Das ist dann, wenn du die Bottle abgeholt hast, nicht wahr? Ich war zu schocken, um etwas zu erkennen. Und Kyoko war beschäftigend mit dem Körper. Und die mehr ich denke, die mehr ich herauskomme, die mehr ich herauskomme, wie sehr unbeziehungsvolle deine Aktion waren. Ja, das ist ja... Ich werde schon mal das. Du sagst, dass du gehst, alle anderen zu holen. Aber dein reale Intention war zu gehen in der Chem-Labs und verabschieden, nicht wahr? Du hast es in der Chem-Labs, du gehst direkt in der Suche, wo die Protein-Powder wurde gehalten. Da, du gehst die Protein-Powder und sie in der Bottle von Pfeife du hast von der Rekt-Rekt-Rekt-Rekt-Rekt-Rekt. Als du in der Lab, alles du hast war das Tein-Prot-Rekt-Rekt-Rekt-Rekt-Rekt. Denkst du so, die Fälle machen perfekt. Und wenn wir fertig sind, du hast alle zusammengebracht, und du hast wieder in der Rekt-Rekt-Rekt-Rekt-Rekt-Rekt. Und wenn alle anderen auf die Sokura fokussiert wurden, du hast auf die Flüge gehalten, du hast auf die Flüge gehalten, du hast auf die Flüge gehalten. Wenn mich einer tötet, dann bin ich das. Ja, also, so wie Pastel gesagt hat, ne? Egal, derjenige, der halt Sakura getötet hat, muss ein Tier gewesen sein. Also, ne? Ja, stimmt ja auch. In order to hide this fact, Fina undertook a series of actions to undermine the investigation. As long as you could disguise the truth. You didn't care if we blamed you for her death. That's why you didn't bother to get rid of such obvious evidence, right? With footprints in the powder and the bottle of poison? Vital pieces of evidence. And yet... So you're saying Hina consciously deceived us to make it look like she killed Sakura? No, you! No! No, 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 no! I killed her! I did it! Ah, Hina... That's enough, Hina. It's over. It's not! Nothing's over! It is. Actually, no. You're right. What's happening! What's happening? What's happening? What's happening? Vielen Dank.